Jo Leute, wir sind jetzt am abbauen. Es gibt keinen Vlog, denn der Akku, der ist einfach zu genial, um da zu bleiben. So, auch mal mit, Leute. Drehen. Fein. Rüchten Sie mal ein bisschen die Karte drauf? Da ist auch unser holländischer Kollege mit den geilen Schwertern. Dann gibt es übrigens da vorne noch mal. Aber die grüne, die ist jetzt auch. Irgendwie 24-7 haben da irgendwelche Leute gedudelt, ich weiß auch nicht. Hier war der Ghostbusters-Stand. Aber die Ghostbusters ging, ich habe die nur zweimal gehört. Ich habe gerade leider vergessen, was hier für den Stand ist. So, wir laufen weiter. Und mit. Das ist der Halo-Stand. Das ist auch ab-abbauen. Einmal kurz drehen. Da mal so ein Star-Lord-Stand. Einmal kurz drehen. Der geilste Loki-Cosplay. Hat sich aber jetzt ja schon umgezogen. Ja, gut. Noch mal drehen. Lass nochmal jemanden am abbauen. Vielleicht kennt ihr sie. Wer im Glashaus sitzt, sollte keine Grube graben. So, kommt mal mit, Leute. Hier. Sehen wir die eingetackten Schwerder. Man konnte hier Schwerder aus Metall mitnehmen. Man konnte auch Holzwaffe mitnehmen. Ein bisschen bedenklich. Es ist wunderbar. Gleich fertig. Guck mal, da ist Dave. Fisch mal auf Dave. Dave. Who are you gonna call? Dave. Dave. Hier waren mit Abstand die meisten Leute, aber nur weil sie nichts anderes zu tun haben. Hallo Dave. Halt's Maul. Dave, ich finde deine Einstellung gut. Wir stehen hier. Ja, ich räume jetzt gleich ab. Was macht ihr hier? Ich will ein Video. Ich will auch ein Video sein. Er will ein Video sein. Dave, darf ich mal ins Mikro? Darf ich mal ins Funkgerät? Ja. Test. Eins, zwei. Alarm. Alarm. Nein. Alarm. Das ist ein deutsches Handy. Mach mal kurz. Gib mal ein Taxi. Die Nummer von einem Taxi in Karlsruhe. Meine Taxi in Karlsruhe ist tot. Da braucht jemand die Nummer von einem Taxi in Karlsruhe. Mit. Fantastik gefunden. Da war die Bühne. Nochmal. Die haben wir schon gesehen. Ich habe oben jetzt den Lappen noch an, weil ich vergessen habe, meinen Ribbon-Cosplay komplett auszuziehen. Und hier, wie man unschwer am Chaos erkennt. Weich! Haha! Das war mein erster Stand, Leute. Auf der Film und Comic-Con. Nicer Vlog beim Abbauen. Yeah! Tschüss! Tgon Im Arm Ich bin der Film und den Lappen Auf der Film-Verfassung. Vielen Dank.